Musik 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 Hey und Willkommen Wir sind hier bei einem kleinen Minigame Oh ne jetzt eigentlich Wir sind der Hunter So Ähm Ich hab dir grad angeschrieben Ich hab dir Imperium Drei Ich hab dir die Drei 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 die Drei 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 hier Eww, plus negros. Keine Falle mehr? So, man kann ja halt das eigentlich gemacht, wie alt und zieht, bloß, dass man ein Tier ist. Und das halt Farmhand heißt. Da ist noch ein Kumpel abgelaufen. Oh Gott, er hat auch einen Boden scheiße. Ah, fuck, da sind wir gestorben. Naja, jetzt müssen wir halt auch Tiere töten. Ich kann eigentlich töten. Schade. 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 war hier nicht auch noch irgendwo einer? Neh. Wir sind alle weiß, ah. auch ich glaube ich gerne mal suchen könnte. Sind sie irgendwie Spektater oder so? Ich finde es halt ein bisschen chaotischer als Zeit und Sieg? Ne, macht es eigentlich auch ein bisschen mehr Spaß. Er hat irgendwer gekackt. Man muss hier gekackt haben. Wer hat ihn gekackt? Also wenn man andere Blöcke hüpfen, sieht man was man als vor. Das ist es. Wenn noch mal Blöcke sind, wenn Tiere sich bewegen, dann muss man nicht unbedingt Spieler sein. Deswegen mein ich das bisschen lieber... Oh nur noch ein badmesser Nö, Winding Team Animals, oh Gott noch eins gewonnen ja, wir haben ein total of 18 coins geirnt und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder So, da sind wir auch schon wieder in der nächsten Runde und wir müssen uns jetzt Und hier also kann man hier nicht irgendwo nach oben gehen. Wann geht es denn genau los? Wann geht es denn? 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 ok Das war's für heute. Mist. Oh, das ist echt ein schweres Spiel. Oh, das ist ein schweres Spiel, das ist ein schweres Spiel, das ist ein schweres Spiel. Oh, das ist ein schweres Spiel, das ist ein schweres Spiel, das ist ein schweres Spiel. Oh, das ist ein schweres Spiel. Hä? Ja. Jawohl. Oh, Alter. Gutes Versteck, gutes Versteck. Gutes Versteck, muss man schon sagen. Oh, warte mal, hier oben, kann man hier mal verstecken. Das wäre doch was hier. Mist. Mining Team Animals. Das waren wir jetzt noch zwei gewesen, die erste war mal besser, das waren wir eingebunden. Naja, ich mag dieses Spiel und deswegen wollte ich es euch mal kurz vorstellen. Es war Hypix zum Server und es war bei den Arcade Games. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao. Ciao. Ciao.